Herzlich Willkommen wieder zu unserer Liegestütze Challenge. Ich hoffe, die versteht mich. Heute kommt der Alltag ein wenig mehr. Heute machen wir wieder genau gleich viele Wiederholungen wie gestern. Nur mit einer anderen Reihenfolge. Und zwar 8-6-4-6 Wiederholungen. Wir starten gleich. Vielleicht noch ganz kurz zur Info. Die, die normale Liegestütze nicht mögen oder nicht können. Die können, wie gesagt, so positionieren. Auf die Knäuel gehen, hinter die Füsse gehen und dann so wachen. Genau. Und alle, die, die normale Liegestütze arbeiten, sollen normal hineingehen. Und wir starten mit dem ersten Satz. 8 Wiederholungen. Die ersten Satz kommen der längste schon hinter uns. Wir machen in drei Sekunden bis sechs Sekunden Pause. und machen dann den zweiten Satz. Das wären dann 6 Wiederholungen. Morgen geht es wieder etwas hoch, etwas höher und danach nimmt es wieder etwas ab. Dann regenerieren wir. Das heisst, wir werden ja nur besser, wenn die Erholung, respektive das Training und die Regeneration im Einklang ist. Das stimmt also. Gut, wir machen es langsam bereit. Wir machen 6 Wiederholungen. Auch dieser Satz ist durch. Der dritte Satz mit 4 Wiederholungen. Mit einer 3 Sekunden Pause. Ich hoffe, die arbeiten das noch deep top. Und ich bin überzeugt, die werden das alle in 50 Stück arbeiten nach 30 Tagen. Und dann gibt es 4 Wiederholungen. Dann noch der letzte Satz. Mit 6 Wiederholungen wurde ich noch einmal 3 Sekunden. Und dann war es das schon wieder von heute. Morgen sehen wir uns nachher Tag 5. Wo wir das mal 10 Stück machen. In einem Satz. Genau. Langsam steigern. Und dann kommt es gut. Bitte vergessen, nicht einmal das Foto rein zu schiessen. Wieder die Registat zu machen. Vielleicht kommt es auch ein kleines Video. Wäre cool. 2 Sekunden. 2 Sekunden. 2 Sekunden. Und noch 6 wiederholungen. So. Das wären die Satz gewesen. Die haben sie wieder deep top gemacht. Super gemacht. Wie gesagt. Würde mich freuen. Ein Foto gebe. Oder ein Video. Wie ihr dran wärt. Bei diesen Liegestützen. Bis morgen. Tschüss zusammen.